was ist so was erspät und kommst da nicht hin was ist denn da oben was hast du da erspäht man hat dich vermisst ich habe kein video von dir gemacht das ist weil du die ganze zeit ein eigenes ding machst ein pöpi geht es gut die ist hier hier hat den abgelegenen wachposten schimpf den vogel aus ja ja was ist da Baby, du musst dich doch nicht ärgern, dass du da nicht hinkommst. Das ist nicht so schlimm. Kleine Kötze. Ja! Ja! Jeremie peace baby! Gehst du mir um die Beine? Möchtest du da mal gucken? Dann bitte, wir gucken da mal. Hebe ich dich gleich mal hoch, aber dafür muss ich das Handy ausmachen. Das geht nur mit beiden Händen. Kannst du da mal gucken, für Ordnung sorgen.